Seid ihr herzlich willkommen. Channeling aus der Bibel. Ich öffne sofort das Buch. Ich bin auch gespannt, was die aktuelle Botschaft ist. Du probierst etwas jetzt zweites Mal. Du sollst das nicht aufgeben. Du wirst etwas hören, etwas erfahren in die nächste Zeit. Das kann für dich wichtig sein. Es gibt zwei Richtungen, zwei Möglichkeiten. Beides geht nicht. Etwas muss beenden oder loslassen und die andere Richtung wird für dich das Richtige sein. Du hast Kampf gehabt, Streitigkeiten. Es ging dir nicht so gut. Aber du kannst das jetzt beenden und damit kommt Verbesserung. Du triffst die Entscheidung. Das Geld, die Finanzen werden sich verbessern. Und das war die Botschaft aus der Bibel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dender Bis zum nächsten Mal. Ja, tschö. Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020